Hier bin ich im Zimmer schlafen, aufwachen, WC-Raum, Toilette gehen, Pipi Kaka machen, sauber machen und dann Toilette spülen. Jetzt bin ich hier am Waschbecken, Hände waschen, Gesicht waschen, richtig gründlich und abtrocknen auch richtig gründlich. Dann putze ich mir die Zähne, wie ihr seht, auch richtig gründlich und dann ausspülen, abtrocknen. Jetzt bin ich in meinem Zimmer, Handy spielen, wie ihr seht, dann essen und trinken bin ich dabei, dann bin ich wieder in meinem Wohnungen gekommen, Wohnzimmer, Konsole spielen, wie ihr seht und Fernsehen gucken, Serien, wie ihr seht, richtig lustig. Jetzt bin ich im Wohnzimmer, am Laptop, wie ihr seht, sonst bin ich beim Duschen. Okay. This is Drangham Summers Johns Vlog. Und jetzt zeige ich euch hier meine Schule, in der ich als Schüler tätig bin. Hier die Schulspinde und hier die Schulcafeteria. Jetzt hier die Gänge, die Schulflure, wie ihr seht, die Treppen, die Aussichten, und so weiter. Und das alles hier und dann noch viel mehr. Jupp. Dann schon viele Schulgänge, Treppen hier, WC-Raum. Und dann hier die Schmiedertreppen, wie ihr seht. Dann bin ich jetzt oben an meine Schule und dann kommen hier Musikinstrumente, Fahrstuhl, hier nochmal Musikinstrumente für eine Band anscheinend. Jupp. Dann geht es hier weiter. Jetzt bin ich Klassenzimmer, wie ihr seht, Lehrerzimmer, im Schulhof bin ich. Und hier Sportplatz, von alle und hier zum Spielen für die Schulkinder oder generell eigentlich am meisten. Jupp. Die Kleidergerüste, wie ihr seht. Oh ja, macht das super richtig gut Spaß. Okay. Und wie ihr seht, bin ich von der Schule nach Hause gekommen. Und jetzt mache ich mal eine Hausaufgaben von der Schule, wie ihr seht. Dann zeige ich euch die auch super gut gemacht. Hoffentlich Note 1, sehr lange gebraucht. Jupp. Jetzt bin ich hier mit meinem Skateboard im Zimmer. Jetzt bin ich draußen mit meinem Skateboard einkaufen mit meinem Skateboard. Essen und trinken auf meinem Skateboard. Und jetzt mache ich meine Hausaufgaben auf meinem Skateboard. Jupp. Schreiben, schreiben, schreiben. Schreiben. Sehr ordentlich. Bin fertig. Mit den Hausaufgaben. Jupp. Die waren übrigens gut. Und jetzt skate ich auch mit meinem Skateboard in meinem Zimmer. Wie ihr seht. Jetzt duschen mit meinem Skateboard. Jetzt bin ich auch zu zweit mit meinem Skateboard. Und jetzt erzähle ich was über meinem Skateboard. Nämlich, dass ich es vor sehr vielen Jahren geschenkt bekommen habe, kostenlos. Und sogar genau so einen wollte. Und mir gefällt das Skateboard. Ich finde es super cool das Skateboard. Ja. Und jetzt bereite ich das Essen vor. Um es dann zu essen. Einen Burger. Selbstgemacht. Seht ihr ja von mir. Das ist Rezept. Und jetzt esse ich auch das Burger. Super cool. Hier bin ich beim McFit für meinen ganzen Körpertraining. Wie ihr seht. Muss ja sein. Man muss ja richtig viel gut Sport machen. Um richtig fit zu sein. Viel Muskel zu haben. Und so weiter. Damit man alles was schwer ist. Richtig leicht machen kann. Mit Muskeln. Und die Sachen. Die leicht sind. Man auch ohne Muskeln machen kann. Aber weil ich ja schon das kann. Will ich ja das andere tun. Wie ihr jetzt hier beim Sport auch seht. Macht auch richtig super gut Spaß. Und das kann ich ja auch. Wie ihr seht. Richtig viel Sport. Alle Trainingsgeräte meistere ich. Und das kann ich auch. Habe ich auch geschafft. Ich bin im Essen in meinem Zimmer. Und trinken in meinem Zimmer. Jetzt bin ich im Wohnzimmer. Fernsehen gucken. Und ein Videospiel spielen. Auf meiner Konsole. Im Fernsehen. Jopp. Und jetzt bin ich in meinem Zimmer angekommen. Bereite mich vor. Für zum Nachtraußen gehen. Fußball. Essen. Trinken. Eingepackt. Und Basketball nehme ich so mit. Jetzt bin ich auch noch komplett angezogen. Dass ich nur rausgehen kann. Also. Ja. Werde. Wie ihr seht. Ich bin hier draußen. Hier ist ein Platz angekommen. Basketball. Fußball. Das ist dieser Platz hier. Und jetzt bin ich hier. Auf einer Bank. Tue Essen. Trinken. Und mich vorbereiten weiterzulaufen. Wie ihr seht. Jopp. Wie ihr seht. Lauf ich. Weiter. Jetzt bin ich hier im Luisenpark angekommen. Auch ein bisschen rumlaufen. Die Natur genießen. Frische Luft. Ja. Wie ihr seht. Bin ich an meinem Spielplatz angekommen. Meiner Kindheit. Der Spielplatz ist im Quadrat H6. Und deswegen heißt es H6 Spielplatz. Aber der Spielplatz heißt anders. Aber wie weiß ich nicht mehr. Oder gar nicht. Hauptsache ist hier ein Spielplatz. Und da bin ich jetzt auch drin. Wie ihr seht. Die ganzen Accessoires und so weiter. Die ganzen Sitzplätze. Und die Katergerüste. Und hier die ganzen Ein- und Ausgänge. Wie ihr seht. Hier die Natur und so weiter. Die ganzen Katergerüste mal wieder. Ja. Hier mal wieder Sitzplätze. Und dann den Weisen ein bisschen besser zu sehen. Alles. Irgendwie. Ich hab hier die Wendeltreppe. Und hier ein kleiner Sportplatz. Aber nur kleiner. Und hier eine Rutsche. Werde ich jetzt auch runterrutschen. Ja. Wie ihr seht. Dann hier die ganzen Sachen. Es regnet. Okay. Jetzt ziehe ich mich um. Bzw. anders an. Um dann rauszugehen. Zu Kaffee Filsbach. Ein Chillout. Um zu beruhigen. Hier die ganzen Sitzplätze. Der Tresen. Bücher. Wieder Sitzplätze. Bücher. Und der Tresen mal wieder. Jetzt hier zum WC-Raum. Wie ihr seht. Dann hier mal wieder. Der Tresen. Aber so richtig zu sehen. Seht ihr. Da seht ihr dann mich am Handy spielen. Ja. Okay. Hier sitze ich auch. Und jetzt bin ich beim Buch lesen. Wasser trinken. Und ja. Jetzt bin ich hier zu Hause angekommen. Jetzt bin ich hier mal im Kauflandladen angekommen. Hier der ganze Laden zu sehen. Wie ihr seht. Die ganzen Sachen. Aber man. Im Kaufland. Geht um Sachen einzukaufen. Die haben aber ganz schon viele Sachen. Lebensmittel. Und Elektrosachen. Und. Accessoiresachen. Das hat nicht wirklich jeder Laden. Aber Kaufland schon. Deswegen zeige ich euch. Dass es auch. Dass es auch wirklich so ist. Die drei Sachen. Die ich vorher erwähnt habe. Ja. Sachen gibt es hier viele. Sachen vielleicht sogar mehr. Aber wie ihr seht. Schon viele Sachen. Ja. Die Kasse. Und naja. Das war es auch. Okay. Wie ihr seht. Bin ich mal am Freizeit. Spielplatz ankommen. Das da wo man skaten kann. Da zeige ich euch die ganzen Sachen. Toiletten. Nichts wie klos. Sitzplatz. Bushaltestelle und Tischrennisplatz. Sonne. Mülltonne. Der ganze Platz. Hier Parkplätze. Autos. Und hier der Friedel. Hier bei diesem Platz. Seht ihr ja. Hier das lila Haus. Wo man Getränk kaufen kann. Sachen ausleihen kann. Dann hier so ein Sportplatz. Die Korbe. Und der Fluss. Und ja. Ausleihen Getränke. Und ich mache mir jetzt fertig. Für das Skateboard fahren. Da habe ich noch Schusskleidung angezogen. Ich will mich ja nicht verletzen. Okay. Ein super cooler Chillplatz. Wie ihr seht. Jetzt bin ich hier am Neckarstrand angekommen. Da zeige ich euch alles. Auch ein richtig super cooler Platz. Hier WC Raum. Erstmal. Ja. Seht ihr ja. Alles super perfekt. Da seht ihr mich. Jep. Jetzt bin ich hier draußen schon wieder. Und dann zeige ich euch den Neckarstandplatz hier. Ganz schön viele Sitzplätze wie ihr jetzt hier seht. Und ja. Die ganzen Leute, die auf den Sitzplätzen sitzen. Ja. Okay. Hier der ganze Sandstrand. Was eigentlich Kies ist. Und hier die Bar. Für Essen, Trinken kaufen. Hier auch wieder Sitzplätze. Da wieder Leute. Da wo die Leute auf den Sitzplätzen sitzen. Dann hier Sitzplätze. Jep. Die Zäune. Und hier der Fluss. Und hier der Strand. Da seht ihr mich beim Sitzen. Jetzt hier wieder Sitzplätze. Viele. Jep. Da schmiede die Bar. Und hier die Wege. Okay. Jetzt bin ich hier im Luisenpark angekommen. Ihr seht diese Eingänge. Und äh. Jetzt bin ich auch hier im Luisenpark drin. Und hier die ganzen Pflanzen. Die ganzen Wege und so weiter. Da bin ich jetzt. Und äh. Hier geht es ja auch weiter. Die ganzen Spielplätze. Jep. Wie ihr jetzt hier seht. Oh ja. Da seht ihr wieder mich. Und jetzt hier China Palast. Ja. Wie ihr jetzt seht. Oh. Die ganzen Tiere. Und hier die Pflanzen. Richtig. Cool. Da seht ihr wieder mich. Und jetzt bin ich hier an der Gondoletta. Drin. Und zeige die. Gondoletta Reise. Jep. Hier bin ich an der Gondoletta gewesen. Jetzt bin ich am Spielplatz. Da seht ihr wieder mich. Und jetzt seht ihr nur noch mich. Hier die Pflanzen. Dann seht ihr wieder mich. Der ganze Luisenpark halt. Jetzt bin ich hier zu Hause mal wohnen. Komm in meinem Zimmer. Und äh. Ruhe mich erst mal aus. Jetzt bin ich hier am Handy spielen. Wie ihr jetzt hier seht. Wow. Okay. Das macht auch richtig super gut Spaß. Ist ja klar. Und dann zeige ich euch noch kurz meine Sachen. Jep. Das alles. Um meine Türwand hängt. Wenn ich es sofort anziehen will. Und dann meine Ausaufgaben. Jetzt seht ihr mich. Jep. Dann mache ich noch kurz Sportaufwärmung. Jep. Dann bin ich jetzt beim Duschen. Jetzt habe ich mich anders angezogen. Jetzt bin ich wieder am Handy spielen. Jep. Ich muss ja was in meiner Freizeit machen. Weil ich nichts anders mache. Und all das. Wie zum Beispiel jetzt auch essen. Was ja klar ist. Was schmeckt super gut. Als ich es gegessen habe. Ja. Aber seht ihr. Dass es sogar beim Trinken Spaß macht. Okay. Und äh. Klar. Wieder beim Handy spielen. Aber die Klamotten ich jetzt angezogen habe. So wäre man auch super cool. Style. Ja. Und jetzt bin ich hier draußen in der Wildnis. Beim Zelt übernachten. Camping. Jep. Jetzt bin ich auch hier drin. Hab schon vorher gegessen. Habt ihr ja gesehen. Jetzt esse ich und trinke ich wieder. Muss ja sein. Ist ja auch jetzt egal eigentlich. Vielleicht auch nicht. Aber dann seht ihr mich jetzt beim Handy spielen. Ist ja klar. Musik hören. Wobei einfach nur Töne. Und trotzdem Handy spielen. Ist auch eigentlich jetzt egal. Also das jetzt. Egal. Hauptsache ich tue es. Jopp. Dann war ich das Toilette. Und jetzt schlafe ich. Und jetzt bin ich wieder am Handy spielen. Wie ihr seht. Alles klar. Das ist auch super richtig gut. Sowas von Spaß macht es nicht beim Schlafen. Dann seht ihr jetzt hier mich. Wie ich jetzt Fernsehen gucke. Eine Serie. Halkari. Ist meine Kindheit. Wirklich immer noch. Richtig super lustig. Zumindest diese Folge. Und das ist ja auch. Ja. Okay. Dann war es das auch mit der Folge. Ja. Jetzt bin ich mal ein Konsole spielen. Mit meinem. Lässigen Controller. GTA 5. Richtig super gutes Spiel. Spiele ich eine Mission. Macht auch richtig super gut Spaß. Sowas von cool. Und jetzt lese ich hier ein Buch. Dann seht ihr mich mit meinen Accessoires tragen. Und Buch lesen. Und wie ihr jetzt hier mich seht. Bin ich wieder mal am Freizeit Handy spielen. Auf der Couch. Macht auch richtig super gut Spaß. Und jetzt lese ich hier ein Buch. Mal was neues. Ja. Eigentlich schon. Man muss ja was auch über der Welt erfahren. Wenn man auf der Welt ist. Und wie ihr seht. Tut es ja auch. Ich. Und es. Ja. Und anscheinend hat es Spaß gemacht. Und jetzt esse ich Chips. Die schmecken auch richtig super gut. Hier mein Aussehen. Mal Frisur halt. Wie ihr seht. Wie ihr seht. Bin ich wieder bei Manny spielen. Musik hören. Und Essen. Trinken. Stereo Musik hören. Mit einem aufgedruckten Pullover. Wie ihr seht. Jetzt bin ich hier draußen. Mit einem aufgedruckten Pullover. Wie ihr seht. Richtig cool. So dass ich draußen bin. Und der Pullover auch ist super cool. Ja. Jetzt bin ich hier zu Hause. Handy spielen. Musik hören. Mit meinem aufgedruckten Pullover. Gemalt. Clowns Gesicht. Essen. Stereo Musik hören. Dann bin ich jetzt hier draußen. Mit meinem aufgedruckten Pullover. Seht ihr ja hier. Ja super. Jetzt bin ich auf der Couch. Und äh. Pullover was auf der Couch gemacht werden kann. Und wie ihr seht. Bin ich im Auto. Auf der Autoreise. Durchfahrt. Nach irgendwo. Hier seht ihr mich. Mit dem Auto sitzen. Und anschnallen. Und der Hintergrund sich bewegen. Seht ihr. Ist hier klar. Video. Und jetzt seht ihr. Die Autoreise. Von der anderen Kameraperspektive. Cool. Hier dann noch meine Roomtour. Wie ihr seht. Zeige ich euch alles. Was ich zeigen kann. Und auch zeigen werde. Wie meine Wohnung aussieht. Sozusagen hinter den Kulissen. Also eigentlich ja. Und. Ja. Die ganzen Sachen und so weiter. Mit denen kann man in einer Wohnung oder Haus nur noch leben. Und essen trinken ja sowieso. Aber. Alles was in einer Wohnung oder Haus ist. Braucht man um zu leben. Vollkommen egal was. Genau das habe ich. Wie ihr seht. Ganz schön viele Sachen. Ist ja auch klar. So viele Sachen. Dass Sachen. Ich noch. Gelügen Platz habe. Aber nicht für weitere andere Sachen. Irgendwas nicht mehr. Ja. Die ganzen Sachen hier. Im Allgemeinen habe ich auch alles. Ich brauche jetzt also nichts anderes. Das seht ihr ja auch hier. Ja. Dann hier die ganzen Sachen und so weiter. Jetzt im anderen Raum. Da auch die ganzen Sachen. Um zu überleben. Mit den Sachen was zu machen. Und dann weiterleben zu können. Das sind aber auch ganz schön viele Sachen. Wie ihr seht. Hier dieser ganze Raum. Mit den ganzen Sachen. Und er zieht dieser andere Raum. Mit den ganzen Sachen. Wie ihr seht. Und so weiter. Mit so vielen Sachen. Muss man halt rechnen. Dass man die harten braucht. Um zu überleben. So viele Sachen. Sachen. Gar nicht mehr geben kann. Aber ich habe ja alle diese Sachen. Seht ihr. Und es macht auch richtig super gut. Spaß sowas zu haben. Die hat ja sowieso. Jeder. Oder fast jeder. Alle Sachen. Schlafen. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüuüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüğüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung. BR 2018